Microsoft hat mit der neuen Windows-Version 23H2 auch Updates für das Snipping-Tool veröffentlicht. Nun kann man mit dem Snipping-Tool Text aus Bildern erkennen. Solcher Texterkennungssoftware sagt man auch OCR-Software. Bei einem Word- oder PDF-Dokument oder bei einer Homepage wie hier kann man hier einfach den Text markieren und dann kopieren, zum Beispiel mit Ctrl-C. So kann er dann auch in Word eingesetzt werden, mit Ctrl-F. Wenn es sich aber um ein Bild handelt, kann man nicht einfach Text markieren und kopieren. Um den Text daraus zu extrahieren, kann man mit dem Snipping-Tool einen Screenshot erstellen und dann hier oben Textaktionen auswählen. Dann kann man den gesamten Text kopieren und ihn zum Beispiel in einem Word einfügen.